Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, wie schön ist es morgens aufzustehen, wenn die Wasserhähne kräht Ist das ein blöds Liedl? Der muss mich nicht gekannt haben, der das Lied dicht hat Ich kipp nicht schon, ja, herein Herr Bürgermeister, guten Morgen, du bist aber früher dran Willst du die Bayerin? Nein, die will ich nicht Ich hab selber so Exemplate daheim und bring's nicht los Mit Bauern möchte ich schlafen Reden, ich möchte schlafen, mit Bauern möchte ich reden Da wärst du aber täuschen Der ist nämlich heute erst in aller Früh heimgekommen Einen Rausch hat der gehabt Dann hätten wir gleich zweit rausmachen können Ich war nicht auch zu zweit Also, naja, gut Ich komm später noch mal vorbei Für dich gut, Wurschen Für dich? Der ist gut Schlaf da halb ein Ich hab ja Zucker vergessen Also, wie kommen wir nur so Mürzei wie dieser Bürgermeister? Also, ich zum Beispiel Ich, wenn ich in der Früh aufstehe Ich kann mich sofort wieder hinlegen Ja, sag einmal, Urschl Wie kann man denn so verschlafen sein wie du heute? Das kann doch gar nicht gesund sein, so viel schlafen Ja, selbstverständlich ist das gesund Und wir Ich hab sogar mal in einem Buch gelesen Dass man von vielen Schlafen sogar schön wird Ja? Ja Dann hast du sauber zu wenig schlafen erwischt Ich glaub, für dich wär's das Beste Du legst dich nieder und stehst nie mehr wieder auf Du hast ja überhaupt keine Ahnung Und davon reicht nicht Schau dir das einmal an Hallo Das sind proper Portionen Und so was nennst du eine Figur? Ja, Frau Eilig Da hast du gemeint, der Radl weht nach Schliersee Ich bin sozusagen eine klassische Dorfschönheit Ein klassischer Trampi bist du aber sonst gar nichts Reden wir von was anderem Ja, ist mir auch lieber Ist der Bauer schon wieder zurück aus der Stadt? Jawohl, mitsamt seinen Affen Wieso? Die Bauerin war doch gar nicht dabei Den Affen hab ich ja gar nicht gemeint Den da Oh, das kann ja ein sonniger Morgen werden Ja Ich glaub, der ist besser, wenn ich mich verflüchtige Ist der Kaffee schon fertig? Aber natürlich Der Herr Altknecht braucht sich nur in die Küche hinaus Bemühen Ja Hoffentlich ist er dir Einmühungen auch wert Sowieso Na ja, von wegen Neulich hab ich mit dem Sohn des Hauses Mit dem Merkel draußen gefrühstückt Und? Dann haben wir gewettet, was das für ein Gesöffsächer hat Und? Der Merkel hat gesagt, das ist kein Kaffee, sondern ein Tee Und ich hab gesagt, das ist kein Tee, sondern ein Kaukau Und dann schreit Bayern zum Fenster raus und fragt Mag noch jemand eine Suppe? Ach so, ein Lüger, der Teil für ein Lüger, der Mann Guten Morgen Guten Morgen Ist der Vater schon zurück aus der Stadt? Jawohl Die Bayern haben heute in der Früh schlafend im Gang liegend gefunden Aha Wir seinem Sohn eine Moralpredigt nach der anderen halten Und selber, das ist ja gut zu wissen Ja, aber nachdem ich gleich für dieses Haus also unersetzbar bin Hat's mich sofort aufgeweckt Ja, und gemeinsam haben wir nachher in die Schlafkammer reingedrungen Und da schläft der Ochs jetzt noch Ich mein, natürlich, und da schläft er jetzt noch wie ein Ochs Auch jetzt wirklich Da wird er von der Mama für das nächste halbe Jahr wieder einen Hausarrest verordnet kriegen Armer Vater Was höre ich da? Armer Vater Der ist nicht arm Der wäre erst arm, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat Aber dann knallt ihm Gott Friede seiner Asche Geholt doch du, dein Schnabel Schau, dass du einen Kaffee herbringst Ja, da bring ich uns den Kaffee Der ausschaut wie ein Tee Schmeckt wie ein Kakao Und vielleicht doch ein Suppenwert Lach nicht Du Mama Dass der Papa ein bisschen viel über den Durst trunken hat Das ist doch kein Grund, dass du dich so aufregst Was? Kein Grund? Wenn der Vater stopp besufen Am hellhärten Tag am Gang draußen liegt Ja, was glaubst denn du, wenn dein Bruder, der Toni Erst mit seiner ausländischen Frau, die jetzt dann auf Besuch kommt Den Vater in dem Zustand sehen Die lässt sich ja sofort scheiden So, jetzt da schon her Jetzt gibt's euch Kaffee Hab jetzt ich dir nicht schon hundertmal gesagt Du sollst ja endlich einmal merken Wenn jetzt dann dem Toni, seine Frau, da am Tisch sitzt Dass du beim Servieren immer von rechts kommst Nein, von rechts komm ich nie mehr Und warum nicht? Ja, wegen denen hab ich meinen Führerschein verloren Das war es so Es hat geheißen Der Schutzmann ist von rechts zu umfahren Mein ist dir geflogen Du hast ja noch nie gewusst, wo links und wo rechts ist Hallo, gell? Ich weiß ganz genau, wo rechts und links ist Links ist da Wo mein Herzl her schlackt Wenn am Sonntag nach der Kirche alle Buben sich den Häus nach mir austragen Den Häus tragen schon, damit sie sich nicht anschauen brauchen Lass doch gehen Wenn's an der Zeit ist, dann wird sich schon einer finden, gell? So ist es Außerdem, gell, bei uns im Dorf drüben Der Oberndorfer-Girgel Aha, ja, der wollte wegen mir sogar schon Selbstmord begehen Auch was du nicht sagst Ja Er hat gesagt Wenn er mich kriegt, hängt er sich auf Die Manni wird uns nicht wenig oft blamieren beim Toni seiner Frau Da dauert sogar Not, dass ich noch ein feines Personal einstellen darf Ja, Fräule, für die feine Leute eine Kammerzofel Und für den Herrn Bruder Toni Rieger aus Amerika einen Kammerdiener Ach, der red doch nicht Du weißt doch aus dem Brief, den der Toni und später dann sie geschrieben hat Dass das ganz narrisch reiche Schwiegerleut sind Ja, und deswegen ist es auch bloß ein Mensch, oder? Naja, das weiß ich schon Aber bei dem Reichtum, da wird sich natürlich nur einen ganz feinen Haushalt gewohnt sein Und da weiß ich nicht, ob es ihr bei uns gefällt Mama, bitteschön, hör auf mit dem Getue Seitdem, dass der Brief vom Toni gekommen ist Dass er auf seiner Hochzeitsreise bei uns da vorbeischaut Um uns seine Frau vorzustellen Ist es mit dir nicht mehr zum Aushalten Das ganze Haus Ach, den ganzen Hof hast du von oben bis unten umgedreht Es gibt keinen einzigen Handwerker im Ort Der letzte Woche bei uns nicht da war Ich sag dir nur das eine Wenn es der feinen Dame bei uns da nicht passt Dann sollt's schauen, dass so schnell wie möglich wieder da hinkommt, wo's hergekommen ist Sag mal, wer red's denn du von deiner Schwägerin, von der Bessi? Ist doch wahr, oder? An Toni seiner Frau, da wirst du nicht was tun, so jetzt Nur damit der Toni mit euch zufrieden ist Aber als der Ältere war er sowieso immer der Bevorzugte Hat sogar eine aus Amerika heiraten dürfen Nur bei mir Seid's euch du und der Vater einig, wenn's um mein Gredl geht Statt bist Aha, da schau ich ja Nicht einmal den Namen von meiner Zukunftigen darf ich aussprechen, ohne dass ihr rot seht Und warum? Nur weil's er nicht vom Film ist Und dass bei den Filmleuten nicht auch normale Menschen wären Das sagt auch kein Mensch Aber dein Film, Gredl, die lebt doch in einer ganz anderen Welt Und du, als zukünftiger Erbe vom Riegerhof Du wirst einmal der reizige Bauer sein Du brauchst einmal eine Frau, die von der Landwirtschaft was versteht Sonst pfährt dich gerade ein schöner Hof Aber das verstehst du noch nicht Da bist du noch viel zu jung und viel zu dumm Ja, ja Und drum schlägst du dir jetzt diese Gedanken aus dem Kopf So, jetzt muss ich einen Garten rausgehen, muss ich noch Blumen holen Aber weißt du was, das wär gleich eine Arbeit für dich Lässt ihn raus und schneidst mir Blumen ab für das junge Paar Hörst du, dass mir der Kugelhupf, der ist ja auch noch im Ofen drin Darin, eine kleine Zwischenfrage Was für eine Farbe muss der Kugelhupf haben? Ja, weil ich meint, schwarz ist er schon Was haben wir denn die? Na Florian, was sagst du? Ein Irrenhaus muss doch direkt ein Erholungsheim sein Gegen den Betrieb, der bei uns da herrscht Das darfst du laut sein, ja Ich sag dir, wenn das so weitergeht, geh auf und davon Langsam mit den Füßen ins Wasser, das könnte kalt sein, gell? Ach, sollt man da nicht gräutig sein Der Toni, der kann tun und lassen, was er will Nur weil er der Ältere ist Seit Jahr und Tag ist er schon auf landwirtschaftlichen Schulen und Kursen Ja, dafür hast du jetzt einen diplomierten und studierten Landwirt Sozusagen einen Ökonomierat zum Bruder Da kann ich mir was kaufen drum Und wie die Schule aus war, ist er auf Studienreise nach Amerika Daheim wartet die Arbeit Lass doch warten Die Arbeit läuft einem nicht davon Ja und der Toni hat ja da drüben auch nicht bloß geschlafen, gell? Das letzte halbe Jahr hat er doch auf einer Farm mitgearbeitet Wo er dann auch die einzige Tochter von dem Farmersbesitzer Kennen und Lüben gelernt hat Wie es so schön in die Romanheftl heißt, gell? Dann hat er sich geheiratet und hat mir alles vermasselt Wieso? Wieso? Das kann ich dir ganz genau sagen Wenn er nicht nach Amerika gegangen wäre, dann hätte die Bessi nicht gesehen Dann hätte er sich nicht geheiratet, wäre heimgekommen und hätte den Hof übernommen Ja sei froh, dafür wärst jetzt du her auf dem Riegerhof Aber als zukünftigen Riegerbauern lassen doch mich meine Eltern nie eine Schauspielerin heiraten Nein, ganz bestimmt nicht Eher geht die Sonne im Westen auf Tricks das und so als zweiter Sohn hätte ich mich mit meinem Anteil irgendwo ankaufen können Oder irgendein anderes Geschäft aufmachen, wo mein Gretelgurt dazu warst, hätte Verstehst du jetzt, warum mir die Sache so zuwider ist? Ja, wenn man das von deiner Warte betrachtet, dann hast du schon recht Aber auf der anderen Seite, Bauer auf dem Riegerhof sein ist ja auch nicht zum Verachten Ja, die Leinwandhexte passt natürlich nicht da recht Ja, da wär der Hof bald beim Teufel Ja, Dankeschön, fang du auch noch an Das kann ich mir 50 Mal am Tag von meinen Eltern hören So geht kein einziger Tag, wo man die Mama nicht einen Vortrag hält Buh, heirat doch die von da, die hat so viel Geld Buh, heirat doch die von dort, die hat so einen riesen Hof Ich mag aber nicht, verstehst? Entweder ich kriege mich mit Gretel oder ich bleibe jung sein Ui, das ist eine gute Idee, das magst Und was Blöders fällt dir nicht Was soll ich denn sonst machen? Ja, was soll ich denn sonst machen? Abwarten und Tee trinken Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird Kommt Zeit, kommt Rad Und die Alte Sag einmal, steht's jetzt hier neu, seitdem ich weg bin? Nein, eine Zeit lang sind wir gesessen Ja, so Und nichts als wie Ratschen Ausgerechnet heute, wo der Besuch kommt Da haben wir keine Zeit dazu Also, was ist jetzt du? Die Blumen hast du schon reingebracht Langsam, Frau Mutter Um die Blumen, für deine so heiß ersehnte Schwiegertochter Da schickst du gescheiter jemand anders Bei mir, da waren nämlich viel zu viele Brennnesseln dazwischen Ich hab nämlich keine Lust, bei dem Zirkus mitzumachen Wir haben nämlich, außer auf den Hohen Besuch zu warten Auch noch einen Hof, der in Gang gehalten werden muss Nachdem ja du und der Vater seit 14 Tagen nichts anderes im Kopf habt Als das Haus von oben bis unten umzudrehen Muss ich mich darum kümmern Ach ja, du Und damit der Stier auch weiß, dass wir Besuch kriegen Hänge ich ihm zur Begrüßung jetzt eine Krawatte rum Ja, wie red denn der mit mir? Gut, gell? Hab ich da richtig gehört, he? Ja, ich kann den ja nun mal holen, wenn du das nicht verstanden hast Okay Also, so ein Lauser Statt, dass er froh war, dass sein Bruder, der Toni, so ein großes Glück gemacht hat Und er dadurch auf dem Hof da bleiben kann Na, da hat er noch aufbegehren Ja, ich möchte ja gerade wissen, was er hat Ja, das kann ich dir schon sagen Er ärgert sich halt, weil er als zukünftiger Riegerbauer Seine Schauspielerin entheiraten darf Das kommt auch nicht in Frage Einer vom Film als Riegerbauerin So was hat doch die Welt noch nicht gesehen Ja, mein Gott Die Liebe hat ihn halt erfasst Ach Gott, ein Lühebschaft hat er mir ja noch eingelassen Aber der möchte ja sein Filmkretel gleich heiraten Ja, das ist ja die Teufelei der weiblichen Reize Dass man sein eigenes Verderben gar nicht schnell genug herbeisehnen kann Hat schon mal ein ganz berühmter Dichter gesagt Der Ding war es, der Schillinger oder Göttinger Geh, 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 geh Lass doch deine Weisheiten Schau lieber, dass du an die Arbeit kommst Ja, das geht nicht Warum nicht? Ich muss auf den Bauern warten Steht dir halt gar nicht mehr rauf Ja, bis jetzt noch nicht Aber den werde ich jetzt gleich aufwecken Und wenn es mit einem Kübel Wasser sein muss Na, hoffentlich kann er gut schwimmen Schick ich den gestern in der Früh in den Stadt rein Und heute früh kommt der erst heim Und zwar mit einem Mordstromrausch im Gesicht Na schön Na schön Aber der kann was erleben, wenn er aufstellt Ja, so gut wie der dich kennt Wird er wahrscheinlich die ganze Woche liegen bleiben Sei so gut Wo doch heute unser Ältester mit seiner jungen Frau auf Besuch kommt Übrigens Gehst du mir gleich zum Metzger rüber Und sag, der soll dir noch Würst rüberschicken Nein Und beim Ochsenwirt gehst du vorbei Der soll dir noch rüberschicken Nein Der soll dir ein Faschen Bier rüberschicken Und 25 Liter Wein Aber einen guten Sox, gell Und jetzt ein bisschen flippt Wasch, wasch Das hättest du mir jetzt gar nicht anschaffen brauchen Bei so viel Bier und Wein läuft der Florian von ganz allein Den Wein werd ich sicherheitshalber vorher probieren Nicht, dass uns der einen rechten Fusel raufschickt Wie der Wein ist, das siehst du, wenn ich heimkomme Bitte Gott Unterstelle ich Absuch was macht bei dem Haus Das klangt mir Was wolltet sie da Ah, jetzt das ja Mein Herrn Gemahlin muss sich aus den Federn rausfüllen Herein Das ist mein Platz Ist da alles schlaf? Nein Was möchtest du von ihm? Reden möchtest ich mit ihm Dringend Ah, geh, so brisant wirst du noch da nicht sein Hast du eine Ahnung Unter Umständen hängt mein einziges Leben davon ab Mei, bin ich müde Mei, warst du so ein Schlafen? Nein, was für ein Ich könnte im Steh schlafen Geh, du kannst doch da nicht schlafen Nicht? Na, geh da rüber Ja, warum liegst du dich nachher nicht nieder? Ja, weil ich nicht darf Weil ich nicht komm Ja, aber ich muss erst mit den Alois reden Mei, kommst du halt spart nicht Der Weih wird ja scharf sein Dafür garantier ich dir Hey, Bruna Ich bin ja so müde Ja, aber du schlafst noch nicht da Ja, wenn ich nicht darf Aber Gut nach beieinander Jetzt sag dir am helllichten Tag Gut nach beieinander Also der Mann ist auch nicht mehr ganz sauber da drum Was wollt ihr jetzt sehen? Mein Räutenabwicker Bayerich Ja, Bayerich Bleib da, bleib da, bleib da Der Telegram-Bote hat das abgegeben, da Was, ein Telegram? Ja, das ist nämlich ein Telegram von einem Telegram-Boten Mei, hoffentlich ist nix passiert Du sag einmal Ich hab nämlich heute den ganzen Tag schon so ein ungutes Oh, ich glaubst du das? Nein, es ist nix los Woher weißt du das? Ja, weil ich's gelesen hab Ja, so eine Frechheit Wer hat der denn das angeschafft? Na, ich mir selber In Zukunft Da lese ich meine Telegram schon selber, gell? Ach, da schon her Ja Ich weiß doch, was ich mir als gut erzogene Markt schuldig bin Ja, ich muss doch das lesen Ja, weißt du, vielleicht lieber dich hätte als erstes der Schlag getroffen Nein, das ganz gewiss nicht Also dann Gut, bitte, wenn dir das nicht recht ist Dann mach ich in Zukunft überhaupt nichts mehr Oh, du wirst schon was machen Ja? Und zwar gehst du jetzt sofort an den Garten raus Und schneidst mir Blumen ab für das junge Paar Schneidst mir Blumen ab für das junge Paar Ja? Gut Aber eins, was ich weiß Wenn ich nochmal auf die Welt komm Dann werde ich gleich Bayerin Und kein Markt mehr Und dann Dann schauf ich an Da ist gerade so kracht Liebe Eltern Meine Frau Bessi kommt einstweilen allein Stopp Da ich in München geschäftlich zu tun habe Stopp Nehmt Bessi gut auf Stopp Viele Grüße, euer Toni Aha, jetzt stoppt er nimmer Mein Gott, nein Jetzt kommt die allein Ja, um Gottes Willen Bist du bald ist Mei, da wird sie ein bisschen Hörst du es machen, ja Martha? Martha? Ja, du bist schon Maria? Herr Schaffzeit, meine Jetzt kommt die allein Um Gottes Willen Das wird was werden Meldige Hohle So haben sie mich eingegreifen, Frau Mutter Geh, lass doch die Dummheiten Wieso Dummheiten? Du selber hast vor kurzem Auf dem ganzen Hof verkündet Dass wir jetzt Wo der hohe Besuch kommt Nicht mehr so geschörter herreden dürfen Sondern mehr nach der Tinte reden müssen Also bist du jetzt Nicht mehr die Mama Sondern unser Tintenfassel Ja, gib ich gleich eine Tintenfassel Wärst gleich eine Fangen, du Du fährst jetzt sofort Den Bahnhof runter Und holst deine Schwägerin ab Die kommt nämlich Einstweilen allein Der Toni hat nämlich Gerade telegrafiert Er ist nämlich noch verhindert Du, und ich bitte dich Benimm dich Nicht, dass die bei ihrer Ankunft Gleich eine schlechte Meinung Von unserer Familie hat Geh? Du warte mal Soviel ich mich an die Generalprobe erinnern kann War doch die Rolle des Empfangschefs An Papa zugeteilt, oder? Ach, red doch nicht Ich kann doch den Blech suchen Der Vater In dem Zustand Nicht am Bahnhof runter schicken Ich werde ja schon froh sein Wenn ich mich überhaupt Zum Aufstehen bewegen kann Also, jetzt bitteschön Lass dir recht was Schönes einfallen Geh? Und blamiere uns nicht Also, weißt du was? Ich helfe dir jetzt Ich bin jetzt deine Schwägerin Also, jetzt pass auf Der Zug kommt an Ich steige aus Dann gehe ich auf dich zu Du begrüßt mich Du küsst mir Geh weiter Mama Das ist doch nicht dein Ernst Aber selbstverständlich Also, komm, jetzt begrüße ich mich Jetzt warte mal Ja Ich werde also Wenn sie aus dem Zug rausgestiegen ist Ja Auf sie zugehen Ja Dann mache ich einen schönen Hofknicks Und dann werde ich zu ihr sagen Grüß dich Gott Liebe Schwägerin Ja Ich bin dein Schwager der Mörtel Und bin wahrscheinlich der einzig normale Mensch Aus der Riga-Familie Nachdem nämlich meine Eltern glauben Dass du eine amerikanische Prinzessin bist Und alle schon vor lauter untertänigster Hochachtung Auf den Bauch umeinander rutschen Weil Misses geruhmt in unserer Armenhütte einzutreten Solltest du aber wirklich So eine fade Funsen sein Wie meine Eltern glauben Dann nimm deine Koffer Steig in den Zug Und fahr so schnell Du kannst wieder da hin Wo du hergekommen bist Oder hast du Fuß auf den Riga-Hof Ich geh Fähr dich Gott Und da steig ich und sag ich euch das Du bist mir vorhin noch nicht zahlt Dass ich dich bei den Ohrmascheln nimm Gell Das war ja noch das Schönere Der Zug Ruhe 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 Schau Dass du rauskommst Dir werde ich gleich Ruhe verschaffen Hallo Moin Ja gut Moin Ja Bist du jetzt schon so weit Dass du auf meine Fragen klare Antworten geben kannst Ich weiß gar nichts Vollkommen Ich habe eine totale Gehirnmatrassen Verwicklung Ja Dir werde ich schon helfen Dir mein Lieber Ja wie noch klar Der Mensch ja so saufen kann Das sag ich auch über Ja Aber weißt du Der Alkohol ist der Feind der Menschheit Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen Dass er richtig vernichtet wird Ja Du hast doch deine Blöden Witze deine Blöden Ja Ich meine ich werde es noch gerade ausschauen Ja genau Ganz versuffen Ja Hör auf Was glaubst du denn du Wenn jetzt dann der Toni Und unsere Schwiegerdochter kommt Was die sagen Wenn sie dich in diesem Zustand sehen Oh Gott Das werden bei mir dämmerts Aha Wegen denen zwei Bin ich ja entstanden Eingefahren Ja freilich Ich hab dir eine extra Listen mitgegeben Was du alles bringen musst Eine Listen Wo hab ich denn die Listen Ja Was hab ich denn mitgebracht Ein schöner Rausch Gell der war schön Einen Dreck war er Aha Ich möchte bloß wissen Was du so lange in der Stadt drin hast Dass du so spät und ohne Sachen Heimgekommen bist Ich frage mich nicht Ich weiß es nicht Ich hab einen Brunner getroffen Der war auf einer Sitzung in der Stadt Wie lange gesessen ist Weiß ich nicht Der Brunner Ja Dein Freund und Saufkumpan Na wundere ich nix mehr Ja ja Übrigens Der war schon zweimal da Der Brunner Ja ja der muss ganz dringend Mit dir reden Hat er gesagt Ja hoffentlich kommt ja bald wieder Dass er mir mal erzählen kann Was alles los war Ja Und dann werde ich dir Alles wahrheitsgetreu berichten Gell weiblich Ja wahrheitsgetreu Ja Aber diesmal Kommst du mir nicht so billig weg Nein Es ist ja nur dein Glück Ja Dass jetzt unsere ausländische Schwiegerdochter kommt Mhm Und die sollte nicht Geil ohne Kopf kennenlernen In Gottes Winter war ich ja noch kleiner Ich hab sowieso so einen Schädel auf der Tür Oder so weh Ja kein Wunder Warum Bei dem alkoholischen Explosivstoff Den du in dich reingesuffen hast Ja Weißt du was Was Ich mach dir jetzt einen extra starken Kaffee Das ist eine gute Idee Ich mach mir einen extra starken Hering dazu Ich hab einen Und wenn ich alles weiß Dann werde ich dir alles sagen Das wird ganz harmlos wird das sein Aber das war eine Sorge dir Was denn Wenn die da auf was drauf kommen Ja Aber dann hat kracht Dann kracht sie ja Ich weiß schon Die Kinder doch Um Gottes Willen hab ich einen rausgekommen Dass ich in die Stadt nicht gefahren bin Weiß ich Dass ich den Brunner getroffen hab Weiß ich Dass wir in ein paar Wirtschaften waren Das weiß ich Dann waren wir noch in ein Nachtlokal zum Roten Kader Und dann verlässt mich mein Gedächtnis Wenn du dieses Rindviech vom Brunner Kommandé Dass ich weiß was alles passiert ist Ja herein Ach es ist zum Verzweifeln Hallo ist es bist du allein? Das siehst du ja Dann dreh dich ein Ja Hallo ist es was? Ich setze dir Tinten Nein du stehst an meinem Tierstock Schau dass du da herkommst Hast du Kopfweh? Nein ich hab nie im Becken Entschündung Schau Du musst mir mit einem Alibi aushelfen Meine Alte glaubt mir die Ausrednete Die ich auftischt hab Sie hat gesagt Das kann ein Bahnwärter seiner Kranken Geisert sein aber nicht dir Ist das schon wieder krank? Meinst du meine Alte? Nein die Geisert Ach so Ja das weiß ich Jedenfalls hat sie gesagt Sie möcht wissen Warum und wieso Wir erst in der Früh Und noch dazu besufen Heimgekommen sind Was weißt du 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 warst in der Stadt Du warst auf einer Sitzung Ja schon Aber meine Alte glaubt mir's nicht Dass die Sitzung von neun Uhr vormittag Bis um vier in der Früh gedauert hat Sie hat gesagt Sie will unbedingt wissen Wo und mit wem ich war Sonst lässt sie mich nicht schlafen Tröfst ich mich Das ist ja nicht anders Sorry du kannst schmarrn Du hast ja schlafen können Und wenn man ausgeschlafen ist Sieht man die Sache viel klarer Klarer Was glaubst du Das wird mir alles benebelt Das ist sich überhaupt nicht gar Ich möchte wissen Hey Ich kann nichts dafür Der Riege ist an allem schuld Der Riege ist an allem schuld Du hast wieder alles auf mich schon Du bist ja auch schuld Also sowieso Ich Wer hat denn in der Bar Zum roten Kader Mit der Lili Anbandelt Ich oder du Lili Wer ist denn das Der stell dich doch nicht so dumm Einen Tanz nach dem anderen Hast du mit ihr getanzt Jetzt trittst du den Schmarrn Ich kann überhaupt nicht tanzen Die Leute haben schon gespannt Aber du nicht Und mit heimgenommen hast du das auch Mit heimgenommen? Ich weiß Dass wir vorgeworden Und in dem Lokal waren Zur roten Katze Kader Zum roten Kader Ja aber sie war eine Katze Das weiß ich noch Aber mit heimgenommen Ich bin doch kein Selbstmörder Oder Das hab ich auch gemeint Aber in deinem Rausch Hast du ein Taxi bestellt Was? Hast du ein paar Flaschen Wein Und die Lili Eingeladen Und der Heß gegangen Was? Warst du das bestimmt? Ganz bestimmt Und ganz verliebt hast du mit ihr Wie ein Bock im Mai Na? Daher der Name Maibock Rekord Und Liebe und Treu Hast du ja geschworen Und bei diesen Geschwüren Da hat sie dich dann Papschiburli genannt Papschiburli? Muss ich einen Rausch gehabt haben Und ich hab's mitgenommen Sagst du? Na ja nicht gleich Zuerst willst du noch Eine Mondscheinparty machen Aber sie war gescheiter Sie hat zu dem Chauffeur gesagt Der soll uns zwei heimfahren Dann hast du gesagt Du fährst nur dann heim Wenn sie mitfährt Und dann ist sie mitgefahren Ja und wo ist jetzt die Lili Oder wie das drum heißt Muss ich doch du besser wissen Vielleicht ist es für lauter Kram Weil sie dich genommen hat Und nicht mich Heimgefahren Ich kann's schmarrn Also da ist sie nicht Heimgefahren ist vielleicht Also ist ja alles in Ordnung Ja ja vielleicht ist es heimgefahren Aber schau mal was sie alles mitgenommen hat Schau mal nach deiner Brieftasche Schau nach deinem Geld Für eine solchene hab ich die nicht angeschaut Bei den Weiber musst du wach gehen Ja Die Tarners könnten nicht bis fünfe zahlen Na rennt von sechs Na ja Schau mal Mein Sonntagsanzug Den hab ich angehabt Die kommt auch wieder Ich bin neu wieder da Warte mal Jetzt tut er recht Schönheilig Und gestern war er nicht Zum da bremsen Aber die Lili Aber das war ein sauberes Weib Die wär mir ohne Gewand Lieber wie meine alte Im schönsten Kostüm Ja da ist er ja Der schläft ja schon wieder Mir scheint Der hat eine Schlafkrankheit Der hat ja von einer Zähzefliege gestochen worden Neb Hör auf du rote Katz Lili Buzi Schnucki Weibi Wenn ich du einmal heute den Tentrack ohne Mein Lili Du bist so süß Der Gartokrat hat's mir von dir geträumt Mein Zinkerschnabbel Du Du wirst gleich austräumt haben Du sag mal Da hört sich doch alles ab Find ich nicht irgendwas Was ich auf deinen verlogenen Schädel Naufhauen kann Nicht nicht Und wir klangst noch vom letzten Mal Außerdem kann ich gar nichts dafür Der Rieger ist an allem schuld Und Eichler Der hat alles gezahlt Der Rieger Ja Oder da wo ich siehst Da hat dir der Staat alles genommen Oder Reden ist silber Schweigen ist verdächtig Ich weiß nichts mehr Ja was war jetzt das Was red denn der für einen Mailpapp zusammen Der ist ja genau noch so gesufen Ja So sind sie die Mannsbilder Mein Gott nein Vergift können sie alle miteinander Der wird ratzen Sag doch mal Was ist denn da herin los Ja du bist das Aufgeräumt Grüß dich Ja warum bist du so aufgeregt Ja ich bin aufgeregt Furchtbar Du gestattest aber schon Dass ich mich ein bisschen hinset Heilig Ich sag dir was Meine Füße Ich trage mich nicht mehr Verlauterärger Okay Was hast du denn Eine Wurt habe ich Wurt Eine Mordswurt Auf die Mannsbilder Einen kannst du nehmen Und die anderen alle der Schrank damit Ja ja Also Es wäre eine Wohltat für uns Frauen Das sag ich dir Das dürfst du mir glauben Weißt du was Ich bring dir jetzt ein Schnapsel Und dann wirst du gleich wieder beruhigt Gell Sei so gut Also Ein Schnapsel beruhigt mich meistens Weiß ich auch Frau Ja Jetzt da schon her Ja Prost jetzt Ja danke Bitteschön Ich bin schon ein bisschen ruhiger Ja da ist recht Und jetzt sagst du mir's Warum du gar so giftig bist Also du Über was kann sich eine Frau Und dann sind wir schon giften Natürlich nur über die Mannsbilder So ist Also es muss Unserem Herrgott sein Rabenschwarzer Tag gewesen sein Wie er dieses Ungeziefe erschaffen hat War der deine Er zu mir gesagt Und das schönste ist Ich heiße gar nicht Lilly Ich sag dir was Unsere zwei Mannsbilder Die haben so eine Weiberleute in der Stadt Die so heißt Aber weh Wenn ich meinem dahinter komme Wehe ihm Ja Glaubst du das wirklich Du also ich glaub Der meinige ist auch nicht ganz hasenrein Irgendwas stimmt da nicht Da hast du vollkommen recht Also ich hab mich zuerst mit deinem alten unterhalten Du der hat ja einen Schmarrn daherkriegt Ich kann das gar nicht sagen Und dann ist er wie mein alter dieser Feigling Auf und davon Ja Gestattest du schon dass ich mir nochmal einen Jetzt brauch ich jetzt zur Beziehung Aber jetzt passt da auf Nicht dass du so geht wie deine Augen Gell Warum Haben wir nicht das gleiche recht Als wir die Affen von Mansbilder Sind wir Frauen wirklich nur dazu auf der Welt Dass wir den Herren der Schöpfung Einen Trottel machen Nein also wirklich nicht Nein und drum sag ich dir Diese frauliche Unterwürfigkeit Nützt bei dieser Rasse überhaupt nichts Also ich mag einfach nicht mehr Wenn ich dir sag Ich möcht bloß wissen Was unsere Mansbilder sagen dann Wenn wir im Monat zwei oder drei Mal In den Stadt reinfahren Uns irgend so ein süßes Schnuckiputzi anlacherten Ja und dann mit einem Heizrausch In der Früh erst heinkommen Da wär vielleicht was los oder Gestattest du dass ich mir nochmal einen Das hat mir jetzt geschmeckt Das hab ich gebraucht Jetzt bin ich in der richtigen Stimmung Ja nein ist gut Jetzt sag ich meinen Olden Mein Blut schreit nach Rache Hoffentlich macht's nichts Unüberlegtes Aber recht hat's schon Es ist ein Kreuz mit den Mansbildern Ja ist schon fort Ja Aber dafür bin ich da Ja leider Was Leider geht's mir noch nicht besonders gut Ich hab immer noch einen Drang nach oben So Also Weißt du jetzt schon was Ja Was da jetzt drin habt in der Stadt Ich weiß jetzt über alles Bescheid Der Brunner hat mich aufgeklärt Wir sind mit einem alten Männer-Herrentisch An einem Stammtisch sessen Und dann haben wir uns unterhalten Über die Politik bis in der Früh umführe Was Ja Über die Politik Ja Ja und über was da so Wenn ich fragen darf Ja über die Fleischpreise Achso Fleischpreise Aha Naja Hoffentlich waren sie euch nicht zu teuer Ja es ist gegangen Wir haben ja mal einen Streaming-Preis Weißt du Solche Vieche von der Sorte Ja Für die Lilligutze Weibemenschel Die haben nämlich mitunter ganz schöne Preise Ja Wo ihr da wenigst Unternehmer Ja Bis die Affrau und ich nichts Näheres drüber wissen Mhm Aber dann Alois Ja Dann geht ein Donnerwetter nieder Dass da mindestens 14 Tage lang die Urwaschen sausen Ja Lilli Ich hab keine Ahnung wer die Lilli ist Ich hab sie überhaupt noch nicht gesehen Ich bin gar nicht mehr erinnert An die Lilli Da war eine Eine Ja Seien sie vielleicht Die Lilli Ja natürlich Papschiburli Na Papschiburli wie geht's Hast du den ersten freudigen Schrecken über mein Dasein schon überwunden? Ach komm Komm jetzt trink doch nicht so viel Und sag mir lieber wie's dir geht Ja Wie mir geht's Bedeutend schlechter Armer Papschiburli Ja herauf mit dem blöden Papschiburli Sag mir lieber wie du da herkommst Das wollte ich gerade dich fragen Was? Ja du und dein Freund Der hat mich gestern so zum trinken genötigt Dass ich's selber nicht weiß Um Gottes Willen Dann hast ja du vielleicht in dem Schlafzimmer Von meiner Schwiegertochter geschlafen Ja natürlich Oh Gott Wahrscheinlich hast du mich da hineingeschickt Ich? Aber komm Was denn? Lass das jetzt Und gib mir erst einmal Einen guten Morgen Grüß Ja Ist doch wahnsinnig geworden Ich bin verheiratet Ja? Wenn meine Frau da reinkommt Dann sind wir zwei gewesen Warum? Warum? Ist sie denn nicht nett, deine Frau? Na das schon nett Aber für solche Situationen Hat sie überhaupt kein Verständnis Ich kann Frauen mitbringen Was ich will Und jeder hat sie was auszusetzen Also Also tu mir bitte den Gefallen Und fahr wieder heim Schnell, aber schnell Hör mal Ich bin doch noch gar nicht angezogen Ja Außerdem hast du mir noch Keinen guten Morgenkuss gegeben Muss das sein? Ja Also komm Und jetzt geh mal Geh mal, geh mal Ach du bist aber heute Gar nicht nett zu mir Was? Gestern Abend war Sophie Zärtlich Ja gestern Aber heute ist heute Du? Ja Weißt du noch Wie du mich immer aufs Ohr küssen Nein Ich weiß überhaupt nicht Zum Gottes Willen Komm zieh dich ans Und verkelst ihn Und er stirbt vielleicht Bei mir Guck mal Du bist aber ein Brummbär Was bin ich? Also gut Ich geh mich anziehen Vorher krieg ich aber noch Einen klitzekleinen Kuss Ja Sonst halte ich es vor Sehnsucht nach dir Einfach nicht auf Ist wahr? Ja Also So jetzt geh ich anziehen Gleich Mein Gott ist das eine süße Katze Und was die für den Drang auf mich hat Das war höchste Eisenbahn Und gar nicht Habe ich dir einen extra starken Kaffee gemacht Das ist nett von dir Und Gurschel Die sollt ihr dann einen Rollmops bringen Nein Ich mag keinen Rollen Ich mag keinen Mops Ich mag überhaupt nicht Das ist der Appetit Aber dann trinkst du wenigstens einen Kaffee Einen Kaffee, ja Komm, geh weiter Was stehst du denn da so da? Was machst du denn zu Faxen? Ich mag überhaupt keine Faxen Na geh, wie der kleine Buur Der die Hosen voll hat Nein, alles leer Alles leer Ja, gut Ich hoffe, ich kommt es nicht wieder aus Ja Aber hoffentlich kommt es nicht wieder aus Ach so Ach, die Magenverstimmung Die wird bald verschwunden sein Ja, ja, hoffentlich bald verschwunden Ja, ja Du sag doch mal Was denn? Wo der Markl so lang bleibt Der Markl, ja Mit unserer Schwiegertochter Ja, wo bleibt denn der so lang? Du musst überhaupt mit dem Markl einmal reden Ja Der lässt nicht locker wegen seiner Filmgredel Das war Ja, du musst ihm bei der letzten Genehmigung einmal richtig die Meinung sagen Ja, sag ich Ja, das weißt du schon Von dir hat er doch Respekt Ja, aber nimmer lang Wie eins, Lili Wieso singt der Deutsche aufrecht das Lied Lili Marlene Ja, fragst du doch, da steht's doch Was sind sie nur für blöde Lieder? Schau doch mal her Nein Brauchst du doch gar nicht so anschreien Jawohl Außerdem ist mir das in meiner Spontanität gerade eingefallen Hä? Und dann brauchst du mich wirklich nicht so niederschmettern Weil sonst geh ich nämlich zu der Gewerkschaft Na, geh doch Red nicht so früh, sag, dass du rauskommst Die Tassen mit Das ist vielleicht dein Hof Also eins weiß ich nicht Was denn? Alt wär ich auf diesem Hof nicht Dann darfst du dich aber schicken Wer liegt vor der Laterne stehen? Erstens Die kommt nicht bis zur Laterne Weil ich dir feuer ein Kram umdrein So Was? Und jetzt wär ich die Blumen der Bässe In den Zimmer steigen können Nein, 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 nein Du kannst dich nicht Du kannst dich nicht Nein, nein, nein So Blumen stellt man da nicht rein Auf so ein Zimmer Wenn ein Besuch von Amerika kommt Das bringt Unglück Ach, geh Das ist doch so der Brauch Aber nicht Vielleicht bei uns Aber nicht da drüben Da drüben überhaupt nicht Wirklich? Da mögen sie das gar nicht Nein Nein Mein Geld, da muss man direkt aufpassen Dass man nichts falsch macht Ja, genau Ja, wieso weißt denn du das so genau? Nein, von meiner Jugend her weiß ich das Ich bin einmal in die Schule gegangen Und dann Und dann Weißt du den Unterschied zwischen Kostenlos und umsonst? Nein Ich bin kostenlos in die Schule gegangen Und du umsonst Also Ich weiß es nicht, ich weiß es Was weißt du denn da nicht? Mit dir ist irgendwas Mit dir ist irgendwas Ich bin überhaupt nicht nervös Ich bin überhaupt nicht nervös Das ist der gestrige Abend Wer hat's schwindet sein Ja, genau Der gestrige Abend Das ist der gestrige Abend Was ist denn da nicht? Das ist der gestrige Abend Das ist der gestrige Abend Ich hab mich verkühlt Dann nimmst du den Markl mit Und geht's raus Mit dem Markl kann ich auch nicht Warum nicht? Den hab ich grad getroffen Wo denn? Am Bahnhof Was? Ja, am Bahnhof Der wartet auf den amerikanischen Mist Was für ein Mist 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 Ja, die ist aber nicht gekommen Nicht gekommen? Jetzt warte auf den nächsten Der spinnt den, der weiß, wann der nächste zukommt Das ist ja wurscht Also fang allein, der war ja an Geht zu Ja, ja, ja Lass dich aufhalten Ja, ich geh schon Geh doch Oh Was? Den sag hat er miaut ordentlich Ich schleuch dich halt einmal Miau Das ist ein Dippeinbläder, ha Ach, sowas Meine Freikhause, sowas, gell Ja, ich schau, ja Und was ist denn mit dir? Was ist denn du da rum? Wenn die Schwiegertochter verspätet kommt Wir haben vielleicht nichts daheim Euer Butter, Mehl und Schmalz Hat der Hals in der Pfalz und so Geht's nur Ich muss einkaufen Komm, mach halt was Nein, nein, nein Was ist denn da für ein Schmarrn, der Herr? Nee, du brauchst keinen Schmarrn Mir passt dieser Ton nicht Nein Merkt ihr das? Was denn? Und überhaupt Wenn man bis zu den Ohrmarschel im Dreck drin ist Dann redet man nimmer Ja, gut, ich weiß schon Da halt man seine Banken Ja, gut Ich weiß dir recht, Weibel Ich muss schauen, dass ich die Lüge hinausbringe Und die Hallo Sag einmal, Spießchen, was erschreckst mich denn so Wollte ich nicht erschrecken Ich wollte bloß fragen, ob die Luft rein ist Nein, die Luft ist noch furchtbar dick Na, warte, bis es dünn ist Was? Alles hast du nicht Der Peter muss mich unbedingt hinlegen Peter? Ich mein, mein Haus ist doch kein Hotel Außerdem hab ich schon einen ungebildenen Schlafgast Oh, das kannst du machen Du kannst das erledigen Pass auf, die ist noch da Ja, wer, wer ist denn? Na ja, die rote Katze Die Lili Die ist noch da Wo ist sie? Im Schlafzimmer von der Schwiegertochter Die Schwiegertochter, die kommt ja auch Hat er ja die Lili schon gesehen? Ich bin doch nicht, so würde ich da nicht mehr leben, oder? Ja, dann geh ich wieder Ja Ich bin bei deiner Hinrichtung nicht unbedingt dabei Du bleibst da Bist du mein Freund oder nicht, ha? Dein Freund schon, aber nicht dein Tät Was? Mir kommt das schon, was mir meine Alte verzeihen wird Ja, wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht, dass du's weißt Du bist nämlich mit 50% beteiligt Und wie ich deine Alte kenne Hör auf, hör auf, mir läuft's jetzt schon ganz kalt über den Punkt Also kalt Also, verlang von mir, was du willst Also, pass auf Du musst schauen, dass du diese Lili aus dem Haus bringst, ne? Ich geh jetzt in die Küche und halte die Alte auf Dann müssen sie dazwischen funken, ne? Und du schaust, dass du sie rausbringst Dann wär's nicht besser, wenn ich die Alte auch mal die Küche Nein, nein, ist nicht besser Meine Alte darf doch nicht mit der Lili gar nichts sehen Und mir wär's auch lieber, wenn mich die Lili auch nicht mehr sieht Sagst du dir einfach Ich bin verreist und hab die Cholera gekriegt Und dann bin ich gestorben, ne? Irgendso Sag, dass sie sie rausbringt, dann sind wir's los Naja, schon Aber wenn sie jetzt dann Lass mal meine Ruhe Er hat die Ruhe weg Nimmt sich ein Puppel mit heim Und ich kann schauen, wie ich sie rausbringe Also, geh mal so Hoffentlich geht das gut raus Ich komm schon Oh, jetzt kommen sie noch am Gott Ich weiß nicht, ob sie drinbleiben Bin schon da, Pappschibulli Hier ist nicht das Pappschibulli Hier ist das Brunnerbuberl Ja Da, schau her Der zweite glühende Verehrer von gestern Abend Aber heim glüht überhaupt nichts mehr Ich bin total abgekühlt Ja, das hör ich aber gar nicht gern Wo sie doch gestern Haus und Hof verkaufen wollten Um mit mir auf einer Insel ein neues Leben zu beginnen Was, Haus und Hof und eine Insel wollte ich verkaufen? Gott Das Einzige, was ich verkaufen würde Das wäre meine Alte Aber die nimmt mir niemand ab Nicht einmal als Geschenk der Warten wir bis Weihnachten Da kaufen sie alles Sie haben also auch eine Frau? Ja, natürlich Achso, und wer noch? Na, ihr Freund, mein Pappschibulli Gestern im Roten Kater Wart ihr aber beide nicht verheiratet Ja, gestern Wir haben heute Nacht geheiratet Wollen wir gerade von meinem Freund reden Ja Ich soll viele liebe Grüße ausrichten Und er ist gestorben Bitte? Ja, äh Und darüber hat er sich so aufgeregt Dass er die Cholera gekriegt hat Die hat er dann eingepackt, die Cholera Und dann ist er verreist Oder so ähnlich Jetzt, wenn Sie auch einpacketen Und verreißeten Vielleicht treffen Sie ihn In Cholera Oder so ähnlich Also, wenn ich recht verstehe Sie wollte mich loshaben Ja, Sie haben aber Gutes gehört Wenn Sie weiterhin so gut hören Ist uns alle drei geholfen Wieso drei? Ja, eins, zwei, drei Ich meine, ein Pappschibulli Ein Brunnerbuberl Und Ihnen Warum denn mir? Ja, weil unsere Weiber sind keine Weiber Sondern zwei Beißzangen Jetzt reißen uns alle drei in der Luft Ihr habt mich eingeladen Und da bin ich Und da bleibe ich auch Wirklich? Ja Es ist überhaupt eine große Gemeinheit Einem jungen Mädchen Goldene Berge zu versprechen Und sie dann einfach sitzen zu lassen Ja, dann steh halt auf Ach Ich bin ja so ein unglückliches Mädchen Jetzt weins noch Jetzt weins noch Wo hat er denn die Gläser? Was denn für Gläser? Die Weingläser Der kann was erleben Wenn es angenehmer hat er mir nicht braucht Aber jetzt Frohlein Ich kann ja ihren Schmerz verstehen Ach, du bist so gut zu mir Brunnerbuberl Ja, schon, okay Aber trotzdem wäre es besser Wenn es daheim fahrend ist Ja, wir besuchen die dann im Heim Also mein Einmal der Rieger Und dann ich der Tiger Ja, und eines schönen Tages Wirst du uns dann vergessen Niemals Brunnerbuberl Wann los? Sei wenigstens du ein Mann, ja? Ja Und nehme ich mit zu dir nach Hause Ja, zu mir? Oh Gott Schau einem Sterbenden noch einmal ins Antlitz Du magst aber tödliche Witze Du bist noch viel zu jung zum Sterben Ach, was liegt mir am Leben Wenn ich dich nicht besitzen kann Wirklich? Komm Komm, du mein einziger, wahrer Freund Komm Ja, du hast nicht ein Kisser Da schaut der Gnoll heraus Das ist so hart Nicht schaukeln, da schlaf ich eh Ach, das macht doch nichts Bei mir darfst du schlafen Du mein süßer Schneck, du Ja, so sei auch Ja, da siehst du dich Was sie auch Ja, das ist so hart Ja, so was Hilf mir, 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 hilf mir hihill Jetzt schaut dir mal meinen Augen um Daheim Da tut er es mir, wenn er nicht bis fünft sein kann. Und da spielt er den feurigen Liebhaber. Ja, ja. Unser bester Freund, der gibt ihm noch die Gelegenheit dazu für seine Liebestätretächen. Na, war's nicht. War's nicht. War's nicht. Rache ist süß. Zilli. Ja, was ist denn los, Frau? Ja, wo brennt's denn? Bei dir wird's jetzt gleich brennen. Bei mir? Ja, wenn er deine, deine Frau an, 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 Schädel voll hat, du. Ja, warum denn? Zilli, du tust mir so leid. So unsagbar leid, ja. Ja, du tust mir so leid, so leid. Mein Beileid, ja. Mein Beileid. Sag mir, sei gefasst. Ja. Und trag es mit Würde. Ja, sie war immer schon eine Würdenträgerin. Ja, sag mal, warum bist du dir so aufgeregt? Ja. Ich bin aufgeregt und du wirst das auch gleich sein. Warum denn? So, wenn du siehst, was deine Männer für einen lockeren Vogel aus der Stadt mitgebracht haben. Warum? Genau, nein. Dann wirst du sein. Oh Gott. Aber, aber ich kann leider nicht dabei sein. Ich muss nur einen alten noch. Dieser, dieser Hanne, der wird liquidiert. Oh Gott, ich bin der Brunner. Der Brunner, der hat mich verraten. Dieses Riefi, dieses Blöde. Was sagt die Afro? Ich weiß nicht, was der aufgesagt hat. Ihr hättet in der Stadt drin einen lockeren Vogel eingefangen. Nein, wir waren ja gar nicht. Der war in dem Zimmer drin. Nein, das ist unmöglich. Da will ich jetzt gleich einmal nachschauen. Ja, ich brauch einen Hubschrauber. Ja, ich brauch einen Hubschrauber, ich brauch einen Hubschrauber, ich brauch einen Hubschrauber. Ja, ich brauch einen Hubschrauber. Eine Freude. Ja, so eine Überraschung. Ja, eine Überraschung. Schwiegerdochter. Ja, ich brauch eine Schwiegerdochter. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Mein Gott. Stell dir vor, du hast jetzt deine amerikanische Schwiegerdochter, die Bessie. Ja. Wir wollten gerade heimfahren, der Brun und ich. Da haben wir ein Mädchen stehen am Bahnhof mit Koffer. Fragt sie mich, wo geht's zum Riegerhof? Habe ich sofort gemerkt an ihrer Aussprache, das kann nur meine amerikanische Schwiegerdochter sein, die Bessie. Geil, Bessie. Da hast du natürlich gleich als alter Kavalier. Mit alt. Ja, als Kavalier. Ja. Und der Schwiegerdochter die Stadt gezeigt, gell? Natürlich. Zum Brun habe ich gesagt, wir fahren ein paar Züge später heimwärts, ne? Wir wollen meiner Schwiegerdochter noch das Städtchen zeigen, gell? Geil, Bessie. Oh, yes, very well. Ja. Was meinst du? Du sollst in die weite Welt hinausfahren. Ach so. Mein Gott, du Arme, da wirst du bloß die Wirtshäuser zum Sein gekriegt haben. Ja, ja, mein Schau, die Museen waren ja schon alle zu, gell? Das Deutsche Museum und nur das Biermuseum hat eine Haft gehabt. Da sag ich mir, nein, ich muss mich doch mit ihr ein bisschen unterhalten, die sie kennenlernen, gell, Bessie? Oh, yes, es war wonderful. Ja, es war richtig voll. Das habe ich schon gemerkt. Ja, gell? Mein Gott, nein, jetzt lass dich doch gerade mal anschauen. Fesch bist, richtig fesch. Und die Figur, die habe ich auch mal gehabt, wie ich so jung war, wie ich da. Nee, man treibt ja nicht, Alter, du hast dann ja schon 20 Kilo zu viel gehabt. Ach so, ich hab dich doch gestanden. Na ja. Dann kannst du mich ja so zum Narren halten. Ist ja warm. Und da war jetzt unsere Schwiegertochter im Haus und du sagst mir, teil was davon. Nein, verfreundet. Wie gefällt dir da den, der Schwiegervater? Ja, wie gefällt ihm den? Oh, er sei eine große, schwere Nöte. Ja, ganz süßer. Aber, aber ich bin trotzdem sehr entzuckt von ihm. Ja, der zuckt, der zuckt, der ist jetzt der Zuckerfabrik. Ja. Ich muss geben ihm eine Kuschere. Ja, das mag ich, ja. Ja, das mag ich. 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 Ich hab die Schwiegermama auch eine Pussy, die ist schon ein paar Jahre nichts mehr gekriegt. Ja, ja, okay. Ich will geben Mami auch eine Kuschere. Ja, danach gibt's sowieso nur noch Watschen. Ja. 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 Ich werde sehr glücklich sein, alles zu erzählen. Ja. 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 Ja, Mama, ja, die hätte... Die hätte... Ja, du bist eigentlich schon da, du hättest ja viel später kommen wollen. Ja, da hast du recht, aber ich hab meine geschäftlichen Angelegenheiten viel schneller erledigen können, weil ich gemeint hab. Und deswegen bin ich schon da. Ja, leider. Was? Leider war die Mama nicht da, dich zu empfangen. Ja, ja. Ja, und wo ist die Mama? Ja, wo kann denn die sein? Ah ja, in der Küche. In der Küche? Ja, wer ist gleich hoch. Ja, Moment, die macht sich grad einen Tee, die ist ein bisschen krank. Ja. Was? Die Mama ist krank? Ja. Ja, aber doch nichts Schlimmes. Nein, bis jetzt auch nicht, aber es wird noch schlimmer werden. Dann wär's ja gleich gescheiter, wenn sie sich im Bett legen würden. Das ist eine gute Idee. Sagst du sie, sie soll sich drei, vier Wochen ins Bett legen, gell? Und du passt auf und dürft ein bisschen vorlesen dabei, gell? Ich werd mein Bestes tun, ja. Ja, mach das, ja. Ja, Mama! Ja, Mama! Grüß dich! Nein, du bist schon da mal in Ordnung. Ist das eine Freude? Ja, ist eine Freude, gell. Sag mal, Mama, geht's dir schon besser? Ja, geht's dir schon besser, hm? Wieso besser? Wieso besser? Ja, der Papa hat grad gesagt, dass du dich nicht wohlfühlst. Der Papa hat... Was, Herr Bischof? Spitz du? Nein, wieso denn? Ich meine eher, dass dich du nicht wohlfühlst, hm? Nein, nein, ich bin ganz wohlfühl. Ja, geh weiter. Komm, du, sitz dich hier. Ja, danke. Jetzt erhälft sie mir. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Das ist eine Freude. Sag mal, hast du eine gute Überfahrt gehabt? Nein, nein, ich sag das. Die Überfahrt hätte dir aufgefallen. Ja. Ein herrlich schönes Wetter, Mama. Das ist ja schön. Dafür wärst du bei uns bald einschlagen, die Glüter gekommen. So, geht's ja so. Jetzt doch ein kleines Neffi, gell? Ja. Du auch da jetzt geschaut. Danke, der kleine Neffi. Du, habt ihr euch schon begrüßt? Begrüßt ja. Ja, natürlich zweimal. Einmal so, einmal so. Nochmal, nochmal. Na, ich meine, ob du deine Frau schon gesehen hast? Was, meine Frau? Ja, natürlich hat er's geschenkt. Der Mustergeschenker hat sich ja geheiratet, ne? Wie er's kennengelernt hat er's geschenkt. Wie's beim Vater waren hat er's geschenkt. Ihr seht's immer wieder, gell? Jetzt tu die Brünen mit aufholen. Der Brüner hat Hunger, kommt der in die Rüsen. Hey! Hey, soll sie ausstrebnen ? Ja, lass doch mir nicht nachsagen, dass ich mein Bub nicht geschessen gekriegt hab, ne? Na, Mama, lass's gut hin. Ja. Der Papa meint's ja bloß... Die Frau nicht mehr, das Blut! Ich hab's schon Zeit! Ich hab's schon Zeit! Ja, was dann? Aber wo waren wir den Stäblin? Bei der Bessi! Ich hab' freile bei der Bessi! Der ist ein kuchen Heiß! Ich hab die Zunge von Berlin! Oh, das ist gut, da kann ich nichts mehr reden! Kein Wort mehr! Kein Wort mehr reden, das muss ich bei der Alten auch probieren! Sag' mal ein bisschen, du leid, ich hab's super! Nein, ich hab's super! Aber jetzt reden wir wieder weiter von deiner Frau! Ja, wir werden auch wieder! Ich geh' viel weiter! Ja, bist nicht du von Gott verlassen, Herr? Sag' mal, Alter! Ach, ich versteh' dich überhaupt nicht! Der Augebte von der Alten freut, dass ihr heut kommt! Ein bisschen an über Turscht! Das sind die Nachwirkungen! Einen freien Schwips! Ein ganz kleines! Aber jetzt reden wir wieder von deiner Bessi weinen! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja! Was ist dennitt? Morgen! Also das ist nicht zu fassen! Ja! Aber deine Frau ist schon sehr reizend, das muss ich sagen. Ja, aber Mama, du bist gut, du kennst das ja gar nicht. Die darfst du nicht kennen. Vielleicht hat er recht. Red doch, dass er einen Schmarrn zusammen hat, weil ich doch schon geredet habe mit ihr. Was du, du hast schon geredet mit ihr? Ja, freilich, hat dir der Papa nicht gesagt, dass sie da ist bei uns. Kein Wort, habe ich gesagt. Ich war so aufgeregt und wollte nicht aufregen, aber ich habe gesagt, ja. Die ist jetzt in eurem Schlafzimmer drin. Ja, ein Schlafzimmer. Schlafzimmer, was ist denn? Mein Pucker, den Schlafzimmer. Ja, schau, das heißt Schlafzimmer, weil sie jetzt schlaft, drum hat Schlafzimmer. Die tut sich gerade ein bisschen herrschen. Also, ich muss schon sagen, eine ganz reizende Frau. Hübsch, groß und schlank und wunderschöne blonde Haare. Ja, schöne blonde Haare. Was sagst du, blonde Haare? Meine Frau, die Hunde. Meine Darling-Boys seien schon hier, seien sehr wonderful. Ist jetzt dieser Freund oder nicht? Ja, ja, wer ist denn dieser? Der kennt seine eigene Frauen, bitte. Meine Frauen, die Frauen. Wenn der Papa sagt, das ist deine Frau, dann ist es deine Frau. Wenn der Papa das sagt, dann stimmt es. Jetzt glaube ich, bleibt bei der Verstand stehen. Der Verstand ist ja im Stimmeln. Der Klimawechsel ist schuld. Genau, der tut er mit. Ihr braucht einen Umschlag. Mach' ich sofort einen. Bulli, ich dachte, dass du vordrängst. Ich komme gleich wieder zu dir. Ich will noch einen Kuss, meine Damen. Was ist denn Kuss? Tony, wer ist diese Frau, die du da gekäst hast? Diese Darling. Yes. Ich kenne sie nicht. Jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln. Du kennst sie nicht? Und dann hast du sie einfach gekäst, oh du, du gemeiner Schuss, du, du Ehebreaker. Schocken, Schocken, Schocken. Aber Bessi, lass es doch erklären, ich kenne es wirklich nicht. Lieber Gott, ich bin schon unterwegs, ich mache mich sofort auf die Schocken. Und du willst mein Sohn sein? An meiner Vaterbrust habe ich dich großgezogen. Hab dich studieren lassen und ich dankst es mir, dass du deinen unschuldigen Vater an das frisch geschliffene mütterliche Messer lieferst. Du Papa, sag einmal, wer kommst denn überhaupt auf diese saudume Idee, dass du dieses Weibsbild aus meiner Frau ausgibst? Ja, nein, deine Mutter hat sie entdeckt und ich habe keine Ausrede bei der Hand gehabt. Prima. Was? Du, sag einmal, und was passiert jetzt mit meiner Frau, der Bessi? Ach so? Du, die hat der Markl Postwenden zum Schwarzen Adler gefahren. Ich weiß es. Die hat sich da ein Zimmer genommen und eingesperrt. Ja. Die lasst mich nicht rein, ich muss ihr doch den Sachverhalt erklären. Was, du? Na, du bleibst da. Du spielst weiter den Ehemann von der Lille. Ich gehe jetzt zu deiner Bessi runter und werde deine Unschuld erzählen. Vielleicht kann ich sie so weit bringen, dass sie bei den ganzen Schramasseln mitspielt. Also gut, also gut, ich mache mit. Du sollst sehen, dass ich meinen Vater nicht im Stich lasse. Aber lang dürfen wir diese Lügnereien nicht dauern. Das ist mir nämlich peinlich vor der Mama. Du bist wieder mein Sohn. Ja. Wir Riegerischen, wir müssen zusammenhalten. In Not und in Pein. Nur ich bin das arme Schwein. So, meine Ankunft daheim, die habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber kannst du deinen Vater nicht im Stich lassen? Na ja, machen wir halt weiter. Werden wir schon sehen, wo es dabei rauskommt. Keiner da? Wunderbar. Ich muss unbedingt mit dem Papschipolli reden. Ach, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das wird mir wirklich langsam zu viel. Nein, das Beste wird sein. Ich sage ihm ganz einfach die Wahrheit. Genau. Gott sei Dank, mein Alte ist nicht da. Wahrscheinlich hat sie die Spur verloren. Aber der Rieger kriegt was zum Herrn von mir. Die schreibt, dass ich nicht ins Stammbuch. Dabei hat er mir versprochen, dass ich bei ihm schlafen darf. Ich suche mir jetzt ganz einfach selber ein Bett. Ich bin ja so müde. Wo ist er denn los? Jetzt, wo ihn aus seiner Verlegenheit befreien möchte, jetzt ist er nicht da. Ja, da wird doch nicht keine Dummheit mehr gemacht, wenn sie gehe weiter. Ja, Bessi, da bist du ja. Jetzt kannst du deinen Mann gleich einen Umschlag machen. Weil zu mir sagt er, wer braucht keinen. Mama, ich brauche auch keinen. Ich möchte wissen für was. Oh, weil du deine süße Darling nicht mehr erkannt hast. Deshalb musst du tragen einen Schlag um. Das wird sein sehr gut für dich, nicht wahr, Mami? Ah ja, ganz bestimmt. Ich glaube, dass er die Reise nicht gut getan hat. Ja. Ja, ja. Das sagt nämlich der Papa. Und was der Papa sagt, das stimmt. Ja. Und wenn es dir nicht besser wird, dann holen wir noch einen Doktor, gell? Nein, nein, nein. Einen Doktor brauchen wir keinen. Keinen Doktor. Es geht schon besser. So? Ja, und ich gebe ja zu, durch so einen Klimawechsel habe ich ab und zu so einen Gedächtnisausfall. Ui. Gedächtnisausfall vielleicht immer gleichzeitig einen Appetit. Also, das kann ich verstehen, gell? Aber dann tut deine Fraule bitte Ihnen. Oh, ja, bitte. So. Letzter. So. Thank you. Du auch, Mama. Bitte. Thank you. Bitte eine Sugar. Du auch, ja. Please, ich möchte auch einen Sugar. Bitte. Und noch eine Sugar. Und noch eine Sugar. Ja, er muss mir immer geben drei Sugar, dann ist er meine süße Darling-Boy. Das muss ich bei meinen Alten auch einmal probieren. Und? Hast du gehabt große Sehnsucht auf mich, Darling? Es war zu ertragen. Oh. Siehst du, Mami, ihr haben mich nicht mehr lieb. Warum hast du es denn nicht mehr lieb? Ja, schau mal, ich hab meine Gründe. Ah, da gibt es keine Gründe. In einer Ehe darf man nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Du hast die Pflicht, nett zu sein. Das kann so eine junge Frau verlangen. Oh, ja. Darauf habe ich verlangen. Ja, ja. Jetzt geh weiter, geh wieder ein Puzzle und alles ist wieder gut. Was, ein Puzzle? Freule, Mama, muss das sein? Ja, ja, Freule, da bestehe ich dran. Oh, ja. Eine Kuss, eine süße Kuss. Also, ich finde, es geht entschieden zu weit. Nein, nein, so weit brauchst du da gar nicht gehen. Jetzt kannst du dir da gleich da geben. Ja, komm, komm, du meine störrische Boy. Hey, leg dich mal raus. Um Gottes Willen. Was heißt denn, bleib doch da. Das ist doch bloß dein Schwager, der Markl. Der Papa läuft mir auch immer davon, wenn ich mir ein Puzzle geh möchte. Ja, ist das schon warm? Grüß Gott. Ja, da schon, Herr. Der Herr Ökonomierabli ist auch schon da. Servus, Herr. Ja. Ja, ja. Ja, ist das ein Freude, dass ich euch zweimal wieder beieinander hab. Ja. Ist bloß schade, dass die Bässe jetzt davon gelaufen ist, gell? Das war halt sehr schade. Ja, wirklich. Sag mal, Toni, habt ihr euch gestritten, weil sie sich im schwarzen Adler einlogiert hat? Wer hat sich im schwarzen Adler einlogiert? Dem Toni, seine Frau, die Bässe. Sag mal, wollt ihr jetzt ihr mich zum Narren halten? Aber nein, ich hab doch am Bahnhof auf sie gewartet. Ja. Ja, dann ist sie angekommen, dann hab ich sie dahergefahren und kaum war sie da, wollte sie schon wieder weg. Und dabei ist sie wirklich ein lieber Kerl, wo hat die bloß hingeschaut, wie sie die genommen hat. Du, geh raus, ich wollte sagen. Ja, sag mal, sag sie ihm doch selber. Ja, du, die Mama, die hat vollkommen recht, dass die Bässe eigentlich schon da ist. Freule, ich glaub, du spielst ein bisschen. Die Bässe seid in der Früh bei uns im Haus. Das gibt's doch gar nicht. Und die ist jetzt gerade, wie du da reingekommen bist, gerade in den Kühn rausgegangen. Das kann doch gar nicht sein. Es fährt der Depp fremde Leitsspazier. Das gibt es doch. Sag sie mal, möchtest du hier mit Deppert machen, oder? Nein, nein, das bist du schon. Na, geh her. Zu allem, du. Wenn du kriegst du einen Umschlag, wer sie sehnt, der wird dir auch helfen. Toni hat ja nicht mehr geholfen, gell? Komm, Toni, geh mal. Der braucht Ruhe. Ja. Nein, wir schauen ihn noch mal an. Der schaut sowieso so angegriffen aus. Ja, ich würde sagen, blöd. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Zuerst warte eine halbe Ewigkeit, bis sie ankommt. Dann kommt sie an, sagt, sie ist meine Schwägerin. Dann lasst sie sie da herfahren. Kaum ist sie da, lasst sie sie zum Schwarzen Adler fahren. Und jetzt ist es gar nicht, meine Schwägerin. Also wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, ich bin gar nicht der Merkel Rieger, sondern ich bin... Ein süßer Depp, dann glaubst du es auch. Ja, Gredl, wie kommst denn du da her? Psst, nicht so laut. Ich bin nicht die Gredl. Ich bin die Frau von deinem Bruder. Was her bist du? Ja, dein Vater hat mich zu seiner Schwiegertochter gemacht. Einen Moment. Hm? 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 Du bist die Frau von meinem Bruder. Das darf doch nicht wahr sein. Geh, du Dummerl, es ist ja auch nicht wahr. Jetzt will ich mich mal, dass ich war so beträumt. Ach, Matl, das ist alles nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Dass dein Vater gestern in der Stadt war, das warst. Ja, mit seinem Späzchen, dem Brunnerbauen. Und beide sind sie mit einer ziemlichen Schlagseite nach Hause gekommen. Ja, mit einer ziemlichen Schlagseite und mit mir. Was? Bleib sitzen und lass das erklären. Ich hab doch gestern im Roten Kater eine Freundin von mir besucht, das weißt du ja auch. Ja. Ja. Der glaubst sitzt noch im Roten Kater? Dein Vater und der liebe Herr Brunner. Nein. Ja, ja, alle zwei waren schon recht gut aufgelegt. Du, und es hat gar nicht lang gedauert, dann ist der Vater gekommen und hat mich zum Tanzen aufgefordert. Ja, wieso denn ausgerechnet dich? Der kennt dich doch gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hab ich ihm gefallen. Na ja, soll ich ja vorkommen, dass Vater und Sohn denselben Geschmack haben. Komm her, du, gib mir eine Puzzle. Sag mal, hat das der Papa auch gemacht? Aber nein. Ah, dann ist schon recht. Dein Vater war sehr galant, hat sich bei mir vorgestellt. Und wie er gesagt hat, dass er der reiche Riegerbauer aus Oberndorf ist, bin ich einfach lauter Überraschung auf die Füße gestückt. Das fühlte ich am Grat rechnen. Ich war natürlich zu meinem zukünftigen Schwiegervater sehr nett. Hab dauernd Pappschibulli zu ihm gesagt. Naja, und hab mir auf seine Einladung hin, auf seinen Tisch geguckt. Mit einem Wort, es wurde ein gemütlicher Abend. So, ein gemütlicher Abend. Tu dir das Puzzle wieder her. Sag einmal, wie bist du denn dann eigentlich da hergekommen? Ja, diese Idee stammt von deinem Vater. Nach einigen Besuchen in anderen Nachtlokalen sind wir dann schließlich bei euch daheim gelandet. Also, ich muss schon sagen... Nein, sag nichts. Es ist nichts vorgefallen, worüber du deine Nase rümpfen brauchst. Du kennst mich doch. Eben. Hallo. Also, pass auf. Den lieben Herrn Brunner, den hab ich heimgeschickt zu seinem lieben Weibe. Dein Vater hat sich im Gang draußen bequem gemacht. Und ich hab in dem Zimmer von deinem Bruder geschlafen. Ja, heute früh ist deine Mama gekommen, hat mich entdeckt. Und da hat mir dein Vater ganz schnell für seine Schwiegertochter Bessi ausgegeben. Ah, jetzt komm ich erst mit. Drum hat der Toni vorher behauptet, nicht die andere. Sondern du bist seine Frau. Ganz genau. Er hat den Toni zu seinem Bundesgenossen gemacht. Na, wart, lieber Herr Vater. Da seh ich schwarz für dich. Ja, schwarz für ihn und rosa für uns. Wieso rosa? Gemadl, kapierst denn du das nicht? Jetzt haben wir deinen Vater in der Hand. Ja. Jetzt muss er zu einer Heirat seine Zustimmung geben. Sonst ist er geliefert. Ja, richtig. Das ist ja wunderbar. Gell? Komm her, jetzt kriegst du das Puzzl wieder. So, und? Wer geht's, meine Patienten? Ah, Frau Mutter, ich muss sagen, mir geht's schon bedeutend besser. Ja, und ich muss auch sagen, du hast recht gehabt. Das ist wirklich deine Schwiegertochter. Ja, freilich, wer denn sonst hat? Mein Gott, nein. Ich hoffe, dass du auch einmal so eine freundliche und so eine nette Frau kriegen wirst. Also, mein Gretl, die ist genauso nett und freundlich wie sie. Wer redet denn von deiner Gretl? Ich redet von deiner zukünftigen Riegerbäuerin, die wir da mal raussuchen werden. Du musst nämlich wissen, dass er unbedingt eine vom Film heiraten will. Was sagst du jetzt du zu so einer Dummheit? Oh, Mami, ich sei Ihnen sicher, wenn ich wäre die Braut von die Martel und wäre eine Spielerin von die Schau, du würdest mir geben auch eine Yes für eine Heirat. Also, ich muss schon sagen, wennst du die Martel seine Frau wärst, ich glaub, du kannst sein, was nix. Gegen dich hätte ich überhaupt als Riegerbäuerin nichts einzuwenden. Ich würde dich schon als Bayerin anlernen. Ja? Ja, sag mal, ist das dein Ernst, Mama? Ja, wenn ich das sag, dann stimmt's doch. Gib mir deine Hand drauf. Die Kunst, komm. Jetzt fühlst du wieder meine liebe Mama und die Frau Mutter liegen mir adagten, gell? Komm her, du. Hoi, 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 was geht denn jetzt einfach mal los mit euch? Oh, oh, er sei nur sehr glücklich. Und ich bin über deine Einwilligung auch sehr lustig auf dich. Komm, Schwägerin, jetzt muss der Vater dran glauben. Ja. Schau, Zeit, und ich rede noch ein paar übern Haus. Der Patsch ist ja gar nicht da. Herr Wien, wenn du deinen alten meinst, der ist bis nicht da. Aber was tust du mit dem Priegergatt? Das ist mein Avokat. Mit dem werde ich meinen Mann schon im Ball bringen, dass er seine Gattin nicht ungestraft betrügen kann, gell? Mein Gott, nein, der Alte ist doch unschuldig. Unschuldig, jetzt zuerst einmal. Also was ich gesehen habe, das habe ich gesehen, gell? Übrigens, hast du dieses Weib schon ausgeschmissen? Was ist denn für ein Weib jetzt? Diesen lockeren Vogel, den unsere Manspult aus der Stadt mitgebracht haben. Geh weiter, ich bin ja froh, dass er da ist. Was? Fräulein? Also zählert sich einmal nicht besser, aber jetzt verstehe ich dich wirklich nicht mehr. Du wirst mich gleich verstehen, wenn ich dir das sage, dass diese städtische Fräulein meine amerikanische Schwiegertochter ist. Was? Ja. Also du gestattest schon, dass ich mich da jetzt hinkomme. Das ist deine Amerika... Genau. Das gibt es ja nicht. Aber du, wie kommt die dann dazu, dass sie sich an meinen alten so hinkommt, wo sie sie ja überhaupt nicht kennen? Das ist ein Irrtum, die kennen sie schon. Was? Dein Mann ist doch dabei gewesen, wie mein Mann unsere Schwiegertochter in der Stadt ausgeführt hat. Naja, darum ist sie auch ein bisschen später geworden oder besser gesagt in der Früh geworden, nicht? Mein Gott. Ist das deine amerikanische Schwiegertochter? Ja. Aus Amerika. Ja, genau. Ja, tut, dann ist sie einmal alter. Vollkommen schuldlos. Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Aber sowas Dummes. Jetzt habe ich den Brügel ganz, wo man sonst gesagt hat. Komm, jetzt geh mit mir in die Küche raus, dann erklärt er alles da ganz genau, gell? Ja. Also du, eigentlich du, du darfst mir aber nicht besser, dass er so aufgeregt war, gell? Ich meine, du musst ja verstehen, viel ist ja mit meinem alten nicht mehr los. Aber das, was er noch hat, das brauche ich selber. Ja. Darling, honey, meine arme, unschuldige Toni, ich habe meine dummen Eifelssucht eine Rörfeige gemacht. Ja. Du sag mal, dann war also mein Vater doch bei dir. Oh yes, er hat mir alles erzählt. Please, verzeih mir meine Dummheit. Ich will alles wieder gut machen. Ja? Ja. Ja. Auseinander. Seidst du nicht wahnsinnig? Wie geht es denn hier leichtsinnig mit meinem Leben um? Wenn euch Mama gewischt, um Gottes Willen, dann muss man aufpassen wie auf die kleinen Kinder. Ja, ja. Lieber Vater, und im Aufpassen, da bist du schon fast Fachmann drin. Riech, kann es euch ein Blödsinn? Seid froh, dass ich deine Unschild aufgeklärt habe, oder? Ist ja so gelaufen, dass ich gar nicht mehr nachgekommen bin, bloß damit ich dir verzeihen kann, ne? Um mir zu verzeihen? Ja. Da, schau her. Ich glaube, du verwechselst die Begriffe ein bisschen. Was, tue ich? Du, wenn hier jemand verziehen werden muss, dann bist du das Einzige und allein du. Wieso? Jetzt sag mal, Vater, wir gehen die Geschichte weiter. Ist jetzt die Bessimefrau oder nicht? Das weiß ich eben noch nicht. Lass mich einmal scharf nachdenken. Ihr geht jetzt einmal ins Gartenhaus hinaus und ich werde nachdenken. Und wenn ich was weiß, dann rufe ich euch, gell? Du, das ist eine wunderbare Idee. Da sind wir zwei ungestört. Na, Mama, ich hätte gerne gehabt, zuerst das Vergnügen, meine Schwiegermami können zu lernen. Das ist kein Vergnügen, sag mal, das ist kein Vergnügen. Auseinander! Hey, ganz schön. Aber ich muss jetzt ja gehen. Mein Alten muss, mein Alten so, auch wenn er schuldlos ist, dann muss er trotzdem was tun. So, jetzt kommt der Reger. Oh, dem begegnet ich nicht gern. Aber wo der ist, da ist mein Alten auch. Da verstecke ich mich. Da erfahre ich bestimmt, was ich nicht wollte. Ah, da hinten. Da verstecke ich mich. Nein, 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 wir die beieinander hängen, wie sie am Mäse, schätzt Willinger. Das ist nicht zum Traum. Na, da schon, Herr. Der Herr Vater, das ist ja ganz gut, dass ich dich triff. Was soll man sagen? Ja, ich hab nämlich ganz dringend was mit dir zu besprechen. Aber ich nicht mit dir, ich hab keine Zeit, lass mich rüber. Ah, ah, so viel Zeit hast du schon. Nein? Ich hab nämlich eine ganz, ganz große Überraschung für dich. Bitte keine Überraschung mehr, mir reicht's die nächsten zehn Jahre. Ich weiß nämlich alles. Was weißt du alles? Alles. Dass du und der Bruno Bauer gestern in der Stadt drin beim Lumpen warst. Na, und? Und dass du euch eine Dame namens Lille aus der Bar zum Roten Kader mit dahergenommen hast. Was, was, was? Und dass du der Mama gegenüber diese besagte Dame als deine amerikanische Schwiegertochter ausgemacht hast. Hallo, hallo, hallo. Und dass du jetzt, wo die richtige Bässe da ist, so richtig tief in der Tinten drin sind. Sag mal, woher weißt denn du das alles? Tja, man hat eben so seine Beziehung. Wie soll der Teufel holen? Das ist alles übel Verleumdung. Herr Rieger, strengen Sie sich nicht an. Sie sind erkannt. Das kommt daher, wenn man öffentlich Wasser predigt und heimlich weint es auf. Hör auf mit diesem Blödsinn. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zur Mama, um mir diese Neuigkeiten mitzuteilen. Und da stehe ich, sonst trifft ich der Fluch deines Vaters. Ausstoßung, Enterbung, vielleicht lasse ich dich sogar enthaupten. Ja gut, es stimmt alles, was du sagst, aber ich bin unschuldig. Der Brunner ist der Hauptschuldige. Die Papa, das ist mir eigentlich wurscht. Sag einmal, wenn ich der Mama nichts von deinen Schandtaten erzähle, lass du mich dann meine Gretel heiraten. Kommt gar nicht in Frage, du spinnst mal. Nicht? Nein. Oh, dann tust du mir leid. Was? Ach, ich seh dich schon in der Hölle. In Teufelsküche, beim Heulen und Zähneknirschen. Schicksal nimm deinen Lauf. Ich geh zur Mama. Du bleibst. Gut, heirate deinen Film-Diwan von mir aus. Aber komm, ja nicht mit Klagen, wenn es in der Ehe nicht klappt, gell? Keine Angst, Vater. Ich danke dir echt schön. Und jetzt, wo ich dein Versprechen hab, bin ich dein Bundesgenosse. Ich werde dich bei der Mama schon raushauen. Sprich nicht immer vom Hauen, das mag ich nicht. Du suchst jetzt die falsche Pässe und gehst mit dir ins Gartenhäuser. Da ist der Toni mit seiner Frau schon dort. Wir müssen Kriegsrat halten, damit wir der Mutter einen neuen Bären aufbinden können. Ich versteh schon. Lagebesprechung. Melde mich zur Stelle, Herr Hauptmann. Ohne den Marsch. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Da hört sich ja alles ab. Also, Ohrschauferlungsmannspult, das geht ja noch. Aber das ist ja eine ganze Verschwörerbande. Na, warte. Na, warte. Ich werde die Suppen schon versalzen. Da war's. Ohrschauferlungsmannspult, du bist da immer noch da? Ja. Ja, sag mir mal, du suchst deinen alten. Das hab ich nimmer nötig. Wieso nicht? Nein, nein, der wird auch bei dem Kriegsrat teilnehmen. Was denn für ein Kriegsrat? Ja, der bei euch im Gartenhäusl jetzt ja grad stattfindet. Ja, unter dem Vorsitz von deinem alten, diesem verlogenen Indianer-Häuptling. Jawohl, und da beraten Sie jetzt, was Sie für uns für einen neuen Bären haben und uns aufbinden können. Also, Afro, da verstehe ich jetzt kein Wort. Ja, du wirst gleich was alles verstehen. So. Der Alois hat dir doch erzählt, dass die Lilly die amerikanische Schwiegertochter aus Amerika ist. Ja. Das stimmt aber nicht. Du warst nur so dumm und hast es geglaubt. Ja, gibt's denn das, Herr? Jawohl, das gibt's. Und jetzt, jetzt kommt das Schönerin. Ja. Jetzt ist die echte Schwiegertochter aus Amerika auftaucht. Jetzt weiß natürlich dein Euder nicht mehr wo aus und wo hin. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, aber der Toni, der hat doch... Du, auf den Toni brauchst du überhaupt nicht verlassen. Der steckt dir mit deinem Euden unter einer Decke. Jawohl, und der Markel genauso. Ganz genauso. Du, der hat gesagt, zu deinem Euden, wenn er ihm die Erlaubnis gibt, dass er seine Theaterkrädl und Filmkrädl da heirat, dann hilft er zu ihm. Und er hat ihm die Erlaubnis gegeben. Und zu mir haben sie gesagt, der Klimawechsel hätte ihn ja nicht gut getan. Also, der einzige Klimawechsel, was unsere Mannsbilder nicht gut tut, das ist das Klima in der Stadt drin. Also, ich mein, mein Mann wird ja in den nächsten Jahren nur noch häusliches Klima atmen. Ja, das heißt, wenn er den Priegel überlebt. Weißt du was? Hä? Wir zwei ziehen uns jetzt zu einer Beratung zurück. Zum Kriegsrat? Ja. Jawohl. Und dass uns das Richtige heimfällt, nehmen wir noch den richtigen Geist dazu mit. Ja. Jawohl. Also, du Respekt, ey. Das, das ist ganz gut. Ja. weil der Alkohol ist nämlich der erste Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Jawohl. Und jetzt gehen wir zum Üben. Jawohl. Also, jetzt ja noch mal zur Generalprobe, damit niemand sich verplappert bei der Alten, gell. Also, wer sind Sie? Ich bin die beste Freundin Ihrer Schwiegertochter Bessie. Gut, ja. Und wieso kommt die beste Freundin hier auf einmal da her, aufgekreuzt die bei uns? Die Lilly ist die beste Freundin von die Nachbarn und hätte auch gerne gehabt, die Johnny zu seinem Mann. Aha, gut, weiter, weiter, weiter. Und weil durch die Heirat mit die Johnny hat sie auch mich verloren, konnte sie vor Sehnsucht nicht aushalten und ist uns mit die Flugzeug nachgereist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich wollte unbedingt in der Nähe meines Geliebtes sein. Hm, ha, ha, das wird ein Erfolg meiner Mutter. Jawohl. Was? Ein durchschlagender Erfolg. Hoffentlich wird es kein erschlagender Erfolg. Unterlachst das, gell? Hoffentlich kommt der Bruner bald, dass wir ein Einheitsgeständnis abliefern können. Denn wenn meine Frau kommt, und ja, 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 da sind sie alle beieinander. Ja, ja, ist denn das? Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Also, Bräulein, komm her, halt dich fest, im Fall, dass ich umhauen sollte. Ja, ja, aber habe ich Angst, dass da jemand andern umhaut. Nein, pass auf, uns ist ja, da ist ja keine Verwechslung passiert und darum muss ich dir eine neue Lüge auf, Tisch. Was? Das wolltest doch sagen, oder? und zwar, dass dieses Träulein gar nicht die Bässe ist, sondern die richtige Bässe, die steht da. Stimmt's? Oder habe ich recht? Woher weißt denn du das? Alles, ich weiß alles. Du weißt alles? Das ist ein Verrat, das ist ein Verrat im Spiel, wir haben einen Verräter unter Jungs! Bei Poi 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 So, und jetzt zu euch. Yes. Yes. Findet ihr dies richtig, einer Mutter so eine Komödie vorzuspielen? Na, schauen wir mal. Richtig findet man es natürlich nicht. Aber wir vier, wir sind praktisch Opfer väterlicher Überredungskunst. Yes, please. Gnade für uns und den lieben Schwieger-Daddy. Also für euch ja, aber für den Vater ausgeschlossen. Und jetzt zu ihr. Also ich muss schon sagen, Sie haben mich schwer enttäuscht. So viel Verstellungskunst hätte ich einer überhaupt nicht zutraut. Tja, das bringt halt der Beruf mit sich. Beruf? Ein feiner Beruf. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt wenigstens wissen, was Sie zu tun haben. Ja, das war sie. Ich möchte dich, liebe zukünftige Schwiegermutter, um die Hand deines Sohnes Martel bitten. Mein Name ist in Wirklichkeit Grete Holm. Ich bin die Schauspielerin, von der du so eine überaus gute Meinung hast. Du bist. Ich bin. Ja, sag einmal. Wollt ihr mich jetzt schon wieder zum Narren halten, he? Nein, Mama, das ist jetzt ausnahmsweise die Wahrheit. Nachdem du und der Vater schon eure Einwilligung zu unserer Ortzeit gegeben habt, fehlt uns eigentlich nur noch euer Segen. Bitte. Also meinetwegen. Werd glücklich miteinander. Nein, 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 nein. Sag einmal, Alter, wo bist du denn mit dem Strick hin? Aufhängt, oder du monotischierst mich damit, he? Ach nee, lass doch die Dummheiten. Oh, Schwiegertädy, man soll sich erst aufhängen, wenn alle Stricke reißen. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich ja nicht aufhängen. Papa, das hast du jetzt gar nicht mehr nötig. Die werden mir davon überzeugt, dass du unschuldig bist. Hör auf. Ja, mein liebes Pappschiburli, ich bin nämlich gar nicht die Lili. Nicht? Nein, sondern deine Schwiegertochter, die Grädel. Na, hör auf. Ich kann aber jeden Eid ablegen, dass du unschuldig bist. Schon? Ich war nämlich bei unserem Stadtbesuch dein Schutzengel. Nein, hast gehört, sie waren mein Schutzengel. Ja, hab's schon gehört. Du bist mein Schutzengel? Ja. Wo warst denn du, wie die Keiratop? Was ist denn? Was? Gärfe ich mein Schutzengel der Busse geben? Freilich. Ja? Ja, ja. Hey, hey, nicht so lang! Ja, du neid, haben wir, du! Come on, Schwiegertaddy! Kriegst du auch ein Pusse an? Ja, das war ja. Nicht so lang! Jetzt kommt er auch noch. Möchtest du auch Pusse, he? Freilich. Nicht so lange. Es ist ja nur dein Glück, dass deine Bekanntschaft vom roten Kader unser Gredl war. Ja. Ja, sonst hätte ich mich jetzt statt dem Busslein im Motto-Matschen grüßen. Na, herauf. Schreile. Gott, Schreile. Zeig's dir. Da brauche ich mich. So können wir was immer für... Sorry. Da lieb's schon, Junge. Oh Gott, du musst deinen Schnee-Termin nicht machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stopp. Die brauche ich vielleicht doch für dich. Oh. Ich muss jetzt malo. Ich muss deinen Schnee-Termin nicht aufbauen. Das macht mich jetzt gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020